Servus Leute, Knochen hier. Moin Moin, ja. Diese Stimme, die kennt ihr wahrscheinlich, die gehört Kaiser Franz. Heute, nach langer Zeit, mal wieder ein bisschen Warthunder, auch erst seit, wie lange spielen wir? Zwei Stunden? Bisschen weniger, ne? Anderthalb vielleicht. Ja, auf jeden Fall sechs Gefechte gemacht oder sieben, nur eins gewonnen. Ähm, ich war heute den, ähm, weißt du, hast du was gesagt, oder? Ja, ich hab gehört. DSHK-Gas-AAA, also Anti-Aircraft, äh, ist halt die, äh, Weiterführung von, wir gucken mal kurz in den Forschungsbaum, von der 4M-Gas, die singen wir mit den, äh, vier, äh, Maschinengewehren. So, wir gucken uns mal ganz kurz die Panzerung an, die einfach gar nicht vorhanden ist. Schutz, hier sieht man's. Äh, Kastenräder. Ja, also, äh, Panzerungsstärke zwei Millimeter, bisschen Baustahl, ein Millimeter, das einzige, was hier wirklich gepanzert ist, ist, das Maschinengewehr mit, äh, 30 Millimeter Baustahl, ansonsten für den Arsch. Äh, Module, ja, warum man auch nicht gucken. Hier sieht man zwei Fahrer und Beifahrer und der Typ, der hinten drauf sitzt. So, das machen wir wieder zu. Turmdrehgeschwindigkeit, ja, hier sieht man's, 600 Schuss pro Minute, Nachladzeit, neun Sekunden, ist relativ lang. Obwohl, ähm, ich, die, glaube ich, schon weitestgehend erforscht hab. Ähm, der Wagen ist noch gar nicht komplett fertig. Ich hab jetzt langsam kein Bock mehr. Ich wollte einfach mal so, just for fun, ne, wie man so sagt. Äh, nochmal, äh, ein Video aufnehmen hier. Drei Tonnen fahren, äh, Gewicht haben wir, 49 kmh fahren wir maximal, und so weiter und so fort. So, jetzt interessiert mich gerade, äh, was für, äh, 12, äh, 7 Millimeter DSHK Maschinenkern, einmal. So, ich bin bereit, du kannst anmelden. Welche Schuhgröße hat der Fahrer? Welche Schuhgröße hat der Fahrer? Wer dich in Erfahrung bringt und unter, äh, in den Texten. Okay, in die Schlacht. Ja, bitte. Mhm. Also, bisher hab ich ihn auch noch nicht allzu viel gerissen, eigentlich nur kritische Treffer. Ich hab Videos gesehen, wo andere Leute komplett da Fahrzeuge zerlegen, aber das waren immer, äh, KI-Fahrzeuge. Also, sie haben da wohl, äh, spezifische Karten oder eigene Karten sind die gefahren und haben die da weggelegt. Ich spiele, äh, natürlich hier Arcade und balle andere weg, hoffe ich jedenfalls. Ähm. Was fährst du? Arcade. Was heißt das? Das ist dieser Modus, den wir spielen, Spieler gegen Spieler. Ach so, ach so, ja. So Zufallsschlachten mit, wieder, drei wieder einstiegen und so ein Schmonz, ne? Mhm. Und, ähm, ja, das Ding sieht eigentlich auch noch gar nichts aus, ne? Also, alter klappriger Lastwagen mit aufgeklappter Ladefläche. Ich mein, es hat irgendwie was, hat irgendwas, aber irgendwie ist es auch der letzte Schrott, ne? Und ich muss natürlich auch passen, dass ich nicht weggeschossen werde. Was du meistens schläst. Ja, übrigens geb ich in der Beschreibung an, ab wo es dann richtig losgeht. Könnt ihr gleich da hinspulen. Eine Minute hatte Zeit. Es ist Wahnsinn. Ich meine, wenn du mir denkst, Obwohl, von Match zu Match hat sich das verlängert. Beim ersten so viel sofort reingekommen, dann irgendwie, es geht los. Immerhin. Oh, jetzt geht es. Mein Gott, wir können loslegen. Oh, Gülle! Los. Vorstoß zum Rhein. Ne, wie hieß das? Avance to the Rhein. Wie hieß das immer auf Deutsch? Überquerung des Rheins hieß das, glaube ich. Ich glaube, am Anfang ist sie, als sie dazugefügt wohl, crossing the Rhein. Wenn ich mich recht entsinne. Uff, keine Ahnung hier. Komm, lass mal A nehmen. Also den, den, ähm, Westlichtpunkt, den obersten. So, wie seht ihr, ich habe Standard rausgenommen. Ich probiere noch ein bisschen mit der Munition rum. Hier ist noch, äh, Sermet-Munition und, ja, ich habe eigentlich auch keine Ahnung hier. Also. So sieht, so sieht das Ding aus. Was willst du denn? Das, das Link. Das Ding feiert auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mein Gott. Feiert auf jeden Fall ziemlich gut ab, klingt doch geil. Aber ich muss wirklich aufpassen, dass mich hier nicht gleich einer wegsemmelt. Ich glaube, zwei Treffer habe ich mal maximal ausgehalten, bevor ich hinüber gegangen bin. Und wenn der Typ hinten weg ist, er kann ja nicht ausgetauscht werden. Dann ist ja niemand da, wir sollen den ersetzen, ne? So. Das ist ein Schub. War ein Schub. Oh, ich sehe dich, komm, fahr. Achso, ich muss vor dir. Ja, du musst vor mir, du bist mein menschlicher Schild. Mein, äh, Stahl. Ich fahre einfach hinter diesem. Ob das so clever ist? Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Ich habe ja noch, äh, zwei Gutscheine hier. In weiser Voraussicht mir besorgt. Ja, leider noch nicht viel gerissen mit dem Fahrzeug, obwohl ich es geil finde. Doch, ich habe ein Flugzeug abgeschossen damit. Das ist natürlich auch richtig in die Luft gegangen. Oh, 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 da ist jemand. Oh ja, oh ja, oh ja, fahr ich ihm hinterher, fahr ich ihm hinterher. Der kommt vor, der kommt vor. Hast du ihn gekillt? Oh, lad den nach, lad den nach, Mann. Jemand anders hat den gekillt. Ne, du hast ihn gekillt. Mann, ich hab den gekillt. Ey, mach den kill vor mir. Oh, 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 oh. Hier schießt einer durch das... Wo schießt denn der hin? Wer schießt hier von wo? Oh, fuck you. Ich muss reparieren. Oh, oh, oh. Oh ja, ich bin gleich weg. Oh ja, da sind sie schon. Scheiße. Und da sind ein Tetrack. Oh, fuck. Das will ich gar nicht sehen. Ne, schon wieder diese Slowene. In dem Bereich sind immer dieselben unterwegs. So, schon erstmal verreckt hier. Gibt schon so ne Krawatte. Immer diese Slowene. So, wir müssen weg hier. Wir müssen den anderen Punkt nehmen. Die schimmeln jetzt hier rum, die Bitches. Ja, er ist immer dasselbe. Was? Wie es kommt? Wir kommen. Wir kommen jetzt. Wieso bist du denn jetzt da vorne? Fuck. Du sollst den anderen Punkt nehmen. Ah. Und ich hab's noch gesagt. Nein. Hast du nicht, du. Du hast gesagt, wir müssen hier weg. Ich hab gesagt, den anderen Punkt nehmen. Kannst du dir das später angucken? Nein, das hast du nicht gesagt. Doch, hab ich gesagt. Habe ich gesagt. Hat er nicht. Hat er nicht. Gut, dass ich weiß, dass ich das gesagt hab. Scheiße, jetzt hab ich schon wieder diesen Punkt genommen. Oh ja, dann bist du gleich hier zum dritten Mal weg. Und was geht bei euch so? Scheiße, das ist doch Albtraum hier. Das erste War Thunder Video seit 27 Jahren und dann so ne Kacke hier. Ist hier einer? Ne. Alter, was soll das? Scheiße, ich seh sie, aber beschießen kann ich sie nicht. Und ich bin mir sicher, die Brüder sehen mich auch. Wieso kenn ich die Alte? Fuh, der da durch. Fuck. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welche Richtung der jetzt guckt hier, der Bruder. Kann nur sagen, ich bin direkt... Einen Treffer hab ich gemacht. Einen verkackten Treffer. Oh shit, wo ist denn der andere? Jetzt fährt er hier rum. Alter, so kann ich nicht schießen, wenn der immer fährt. Ne, ich muss vorher hier. Fuck. Vielleicht sind 20 neben mir und... Die reißen mir die Eingeweide raus. Und das ist schon der nächste BT-7. Ey, du glaubst es nicht. Immer wenn ich schießen will, verschwinden die, ne? Die sind nur in Bewegung. Bist du nur ein Fahrzeug? Ich habe jetzt ein... Jetzt habe ich ein Fahrzeug. Und das ist ein Tetrack. Oh fuck. Noch ein Tetrack. Ich meine, ich bin schon... Oh. Artillerie ist frei. Wohin mit dem Bruder? Da oben. Wer schießt denn hier noch? Ja, links von dir ist einer. Die schießen sich gegenseitig in den Sack hier. Jetzt schießen die auf den Wrack hier? Ne, hat der noch gelebt? Der Bruder hat noch gelebt. Oh, wir cappen. Oh, ich habe mitgecappt irgendwie. Gar nicht absichtlich, aber... Scheiße. Ne, so kann ich nicht stehen bleiben hier. Wuhuhu. Da ist ein Panzerjäger. Da ist die... Die... Stressen dann? Ja. Ich denke mir gerade, kacke, warum bin ich hierher gefahren? Jetzt muss ich erstmal hier dementsprechend navigieren. Aber ich glaube, die haben... Ja, die schießen schon auf mich. Diese verschissene Flaggpanzer und alles, ne? So. Vom Bomber gekillt ist das armselig. Ey, ich will diese scheiß Luftangriffe, die will ich weg haben hier. Ich kann nicht nochmal rein. Ich muss einfach noch hinten was ran packen. Also noch eine Runde. Oh, so ein Dreck. Ich mochte das früher, als man eben keine Luftangriffe hatte, weißt du? Hm. Als keine Flugzeuge da waren. Da ist man halt einfach mit seinem scheiß Panzer gefahren. Gabst du was? Ja. Ich habe ja am Anfang gleich mitgespielt. Da gab es so eine Scheiße nicht. Und jetzt jeder Gimp, ja? Macht irgendwelche Kills, wenn er nichts am Boot macht, ne? Dann macht er sich halt aus der Luft. Und das finde ich armselig. Außerdem nervt das voll. Und ganz schon bei der Meinung, das erhöht die Spieldynamik, ne? So, und da siehst du natürlich Büff und Bongo hier die ganze Zeit rumballern, ne? Die scheiß Flugzeugen. Alle im Kamikaze-Modus hier. Neben mir ist einer. Hier ist auch einer. Shit, man. Ja, ja, ich sehe dich, du Bastard. Das gibt's doch nicht. Dieser Piss-Slowene, echt. Lebst noch? Ja, noch lebe ich. Aber... Wenn der Ficker jetzt vorkommt hier... Der gammelt ja auch nur da rum, ne? Die Sau. Ich glaube, der kommt jetzt vor zu mir hier. Ich habe einen Crit auf den. Jetzt oder nie. Jetzt will er abhauen. Ich krieg den Turm kaum gedreht. Wo ist denn der Ficker jetzt? Wenn ich Pech habe, killt der Ficker mich jetzt. Boah, fuck ihn weg, Mann. Ich glaube, ich habe die falsche Muni drin. Ich gehe mal ein bisschen tiefer. Jetzt macht der Atelier Feuer hier. Scheiße, Mann. Verreckt doch, Bitch. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Jetzt habe ich innen was richtig fett getroffen. Oh, der ballert mich jetzt weg. Jetzt ballert er mich gleich weg. Juhuhu. Dieses Scheiß-Ob. Deutschen Panzer hier. Jetzt killt er schon. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ich glaube, der killt mich jetzt so ziemlich gleich. Fuck, Mann. Wie lange das dauert, bis hier nachgeladen ist. Ich gucke ihn direkt an, ne? Direkt in sein hässliches Gesicht. Jetzt habe ich eine Abschusshilfe. Mein Gott, was für ein Dreck. Wie ich ihn hasse, den Bruder. Aber du lebst es. Ja, aber wie? Aber wie? Aber wie? Aber du lebst es. So, ich habe noch auf seinen Kadaver gespuckt. So, die kämpfen schon wieder ab. Mein Gott, was ist los hier? Da bauen ist ein Panzer von 35. Aber bis ich mal hier wen auf die Kimme genommen habe. Kimme und Korn. Oh, Artillerie. Könnte mal eine Rettung sein. Die fahren alle rüber jetzt da, ne? Ich will da gar nicht hinfahren. Die fahren nicht hin? Ja, irgendwo muss ich ja langfahren. Was für ein Fuck. Ey, ist ja auch so viel Geröll. Die haben unheimlich viele Versteckmöglichkeiten, so, ne? Oh, gerade ein M2. Oh, hier ist einer. Aber auch hinter so einer ollen... Obenplatte da. Ja. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Ja. Der ist schon mal ordentlich hier. Mhm. Kann man nicht meckern. Unsere wollen irgendwie vor, aber... Ich komme nicht ran an den Typen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Crit. Aber er fährt weiter. Scheiße. Jetzt dreht er. Mhm. Wenn der schießt, ne? Mhm. Ist bei mir Feierabend. Versuch's nochmal. Komm. Ich müsste die Munition wechseln, aber es dauert mir zu lange, ehrlich gesagt, ne? Hm. Ich weiß ja nicht, alles aushält. Oh, direkt. Nehmen wir jetzt einer. Ja. Das gibt's doch nicht. Graf Kiddy Földler. Und noch eine. Zwei Wander. Ja. Ja. Ja, was willst du machen? Guck mal, der Typ, der fährt nur die Deutschen, aber nur im Load-Bereich, ne? Ich glaub, für was anderes ist das einfach zu blöd. Graf Spee soll das sein. Graf 33. Alles für die Kacke. Guck mal, machen wir noch eine Runde, ne? Scheiße, leck mich doch mal. So, eine weitere Runde. Oh Gott, bin ich motiviert, so. Weitere Runde. Was ist das denn? Äh, das ist... Osteuropa. Osteuropa, ja. Achso, Russen. Kann nur Polen sein. Ne, das ist nicht Russen. Wolle willst du wissen, ob zur Russen ist. Obwohl die Karte ändert sich der, der, der polnische finde ich. Also, eine weitere Runde mit der DSHK, äh, DSHK GAS AAA. Ich geh rein. Ich fang Panzer. Panzer. Ja, du hast ein Panzer, ne? Komm, ein Flagg-Panzer. Panzer. Ich fang Panzer. Ich fang Panzer. Der ist nicht scheiße. Du kannst ihn einfach nicht spielen. Das ist tatsächlich. Ja, das geht doch nicht hier, um Schönheitspreis zu gewinnen hier. Ich fang tatsächlich. So, hier muss ich mich viel verstecken. Hier werde ich nicht so vorpreschen, denn ich habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist mein Globiger Kasten. Die M3. GMC. Wir sind aus wie voran der Kühlschrank. Nun, so einen Lappen schieße schon wieder. Ja, du fährst ein Flagg-Panzer, sehe ich doch. Und auf der Karte. Siehst du? Ich weiß nicht, kein Baumrammel, denn dann ist er geworden wahrscheinlich gleich Schrott. Oh, Laterne. Scheiße. Naja, du kannst das Ding hier umfahren. Du hast ja nur so eine Art richtigen Panzerwagen. Ich fahr hier so ein, eigentlich so ein Milch-Transporter. Guck, ob ich von hier irgendwas sehe. Ne, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter vor. Und hier oben, wo die Wachtürme sind, da will ich auch nicht hin. Da sieht mich gleich jeder. Ich will nicht vorfahren, oh mein Gott, ey. Ja, ich sehe schon böse, 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 böse Gegner. Ja, ich weiß, Gegner sind immer böse. Obwohl, es kann ja ein Kumpel sein, das ist ein guter Gegner. Aber die hier sind nicht meine Kumpels. Die sind nicht meine Kumpels. Nicht meine Kumpels. Ach, da habe ich was gesehen. Ja, da sind Panzerjäger, die sind überall hier. Jetzt fahren hier auch noch welche hoch. Die fahren welche hoch, kacke. Bin doch gefickt hier. Ich denke, I think I muss total woanders hinfallen. Okay, Artillery is ready. Hier brennt schon die ersten Kollegen. Oh Gott, das ist so scheiße. Da fährt einer vor. Das gibt's doch nicht. Jetzt fährt hier einer vor. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, weißt du wie, die fahren hier schon überall vor. BT5. Ich dachte gleich, mich macht ein BT5 weg. Aber einer unserer Brothers. Ich kappe nicht schon irgendwas. Ich glaube, hinter mir erscheint hier gleich einer. Ne, vor mir fährt einer. Hier fährt gleich einer in mein Gesicht rein. Da ist er. An die mein' ich grad keinen Schaden. Oh Gott, was für'n Ficker. Ich würde ihn so gerne anschreiben mit beleidigendem. BILKOWITZ, YOU MOTHERFUCKER. Oh Mann. Ey, ich sag dir, in dem Bereich sind die Deutschen komplett ob, oder? Ich hab ja nicht mal Treffer an dem Vogel gemacht, ne? Jedes Mal dieselbe Kacke hier. Ich nehm meine andere Munition. Ich will schwul weg. Ja mein Gott, ich bin halt ein sehr hitziger Spieler. Ich kann mich da nicht beruhigen, wenn ich sehe, dass einer mich rampt. Ja. Obwohl ich schon verkackten, äh, Laster fahre. Aber gut. Ich muss mich nicht erklären, ne? Nein. Die Artillerie ist frei, aber nix zu sehen hier. Ey, Digge! Hier müssen wir was spotten hier. Spotted. People of the sea spotted. Das ist der richtige Vorteil. Oh, da bist du. Oh, das ist der Kühlschrank. Kriegst du ihn weg? Der knallt die Artillerie jetzt runter. Ja, meine Richtschütze. Der ballert... Ne, ich glaub das ist die Artillerie. Okay, Abschusshilfe. Ja, ich bin weg. Oh, du bist weg. Shit. Oh, da ist da noch eine. Oh, fuck. Fuck. Das war Artillerie. Oh, wie armselig. Das hat nix mehr mit Panzerkampf zu tun. Das ist einfach nur Shit. Ja gut, ich bin noch ein bisschen eingerostet. Aber ey, du bist echt dumm dran hier, ne? Das Blöde ist, wenn du ein offensiver Spieler bist. So wie ich eigentlich, ne? Hm. Da bist du scheiße dran hier einfach. Ja, das stimmt. Wenn du mit so einer Kiste hier unterwegs bist. Oh fuck ey. Dann fahr doch. Schieb ihn weg. Der immer noch wartet da? Irgendeiner ist da noch am Piu-Piu machen. Ja, 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 ich sehe hier noch einen. Oh, ich wurde auch gerade beschossen, glaube ich. Ja, ja, ich sehe ihn. Da stand gerade noch so ein Typ. Da steht noch einer. Die beschießen noch unsere Leute. Unsere Brüder! Oh shit, was ist da denn? Da ist schon wieder dieser Bill leckt mich irgendwas in so einem Panzerjäger, ne? Die stehen oben auf der Straße. Scheiße. Oh, ich muss schnell drehen hier, weil wenn ich so bleibe... Oh, fahr weg, fahr weg, Bruder! Scheiße Ruppelpanzer hier. Da fahr ich lieber hier hin, echt. Die schießen, die stehen oben auf der Straße, weißt du, wenn du auf so einem Hügel... Also, naja, du fährst halt so einen Hügel hoch, da, ne? Hm, ach, jetzt nicht. Das sind drei Leute. Jetzt ärgere ich mich, dass ich meine Artillerie... ...so blöd verfeuert habe. Und ne Bombe! Also, das heißt, ich muss mal ein bisschen Gas geben. Oh, die fliegt... Und ich bin weg! Oh mein Gott! So ein... Ja. Wenn schreibst du jetzt freundlich an? Ah, niemand. Ich schreib doch nie jemand. Aha. Wer rand mich hier? Spast. Camping, was? Nix. Ich kann ja sowieso jeder lesen. Echt? Huch, das ist so vertraut. Du verarschst mich nicht, ey. Jetzt habe ich mir die Koordinaten nicht gemerkt, das ärgert mich, ne? Was hast du denn auf deinem... Was hast du denn für ein Sticker da? Weiß ich selber nicht. Ich habe das immer mal aufgeklebt, einfach um... Naja, weil es halt ein russischer Panzer ist. Aber irgendwas russisches draufgeklebt hat. Ich weiß nicht, was das heißt. Nix. Ich kann es nicht lesen. Alter, ist das scheiße hier. So, ich gehe jetzt in die Luft. Ich hoffe, ich verreck hier nicht gleich. Ich muss diesen einen Typen abfangen. Obwohl es auch schwieriger ist, jetzt einfach Flugzeuge runterzumähtern hier, finde ich. Es sind viele Flugzeuge plötzlich. Ja, guck mal, jetzt werde ich auch noch verfolgt und mir ist die Munition ausgegangen, ne? Und ich habe erst in drei Sekunden wieder so ein bisschen... Ja, ich bin in the air. Oh. Er ist abgestürzt. Guck mal, wo ist er hier? Komm her, hier. Hau nicht ab, mein Bruder. Hau nicht ab. Ja. Immerhin ein bisschen was abgeschossen hier. Uuhu. Ich will aber überleben. Ich will nicht sterben. Boah. Ey, mein Panzer ist noch da. Hey. Ich warte kurz, bis meine Artillerie angefangen hat zu schießen. Da sind nämlich so riesen Klumpen von drei, vier Spielern, die aufeinander hangen, da, ne? Äh. Kurz hier gucken. Niemand kommt über die Brücke. Okay, ich sehe schon, wo die hängen, ne? Höh. Da ist einer. Da ist einer. Oh, Titz. Das sind sie. Komm vor vor, du Ficker. Ja, fickt mich, komm, rammelt mich durch. Rrrr. Bill Schuhlfack. Bill Schuhlfack. Das hast du ja gemacht. Ah ja. Ah. Okay. Das war's dann hier erstmal soweit. Spaß ist einfach, wenn ich nur mal ein Video aufgenommen habe, aber ist egal. Ich werde irgendwann das Ding nochmal fahren, wenn es komplett fertig modifiziert ist. Das wird so in drei Monaten oder so. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst uns ein Abo. Oder lasst es eben, oder nehmt euer Abo weg, falls ihr eins habt, oder was weiß ich, keine Ahnung. Haut rein, viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao. Tschö.